Die Welt ist verrückt geworden, lange her, dass es zuletzt so irre war. Hier sind die Top 10 Anzeichen dafür, dass die Leute durchdrehen. Platz 10. Rechts und links bedeuten heute das Gegenteil. Früher waren Rechte und Konservative die, die auf Autoritäten bauten. Und Linke standen für die kleinen Leute ein. Heute sind Linke die Vorhut der Konzerne und Rechte kämpfen für die Freiheit und für die Rechte des Arbeiters. Da ist etwas buchstäblich verrückt. Platz 9. Gewalt ist Sprache und Sprache ist Gewalt. Wenn es der Politik gelegen kommt, wird politische Gewalt als freie Meinungsäußerung behandelt. Doch wenn der Politik die Meinung nicht passt, dann faselt sie buchstäblich von verbaler Gewalt und schickt dir die Polizei zur Hausdurchsuchung vorbei. Platz 8. Polizei schützt Gesetzesbrecher und bedrängt Anständige. In den USA werden täglich Leute festgenommen, die sich gegen Angreifer wehren. In Deutschland schützt die Polizei die Klimapsychos vor den Bürgern, die sich gegen deren Anschläge wehren. Während der Corona-Panik schlug die Polizei auf Demonstranten ein und bedrängte Bürger, die allein auf der Parkbank ein Buch lasen. Das wirkt alles reichlich durchgedreht. Platz 7. Es ist gefährlich, die Wahrheit über Politiker zu sagen. Es war mal ein Merkmal der Demokratie, dass man einen verrückten, korrupten oder schlicht bösartigen Politiker als genau solchen bezeichnen konnte. Wer heute die ganze Wahrheit über Politiker sagt, kann und wird fertig gemacht werden. Ganz wie in einer Diktatur. Platz 6. Deutschland schadet sich selbst, so viel es kann. Praktisch jede Entscheidung, welche die Regierung seit Merkel trifft, schadet dem Land aktiv und nachhaltig. Sei es Energiepolitik, Migration, Corona-Panik oder Klimalügen. Hurra, wir drehen durch. Platz 5. Demokraten gefährden Demokratie. In Deutschland wollen lupenreine Demokraten die Opposition verbieten. Das ist einfacher als bessere Politik zu machen. Wer schützt die Demokratie vor den Demokraten? Wenn das Demokratie sein soll, frage ich, wer da durchgedreht ist. Platz 4. Wissenschaft verliert Autorität. Der Stand der Wissenschaft ist heute nichts anderes als das, was die Wissenschaftler sagen, die vom politischen System dafür bezahlt werden, genau das zu sagen. Eine Gesellschaft, welche ihre beste Art, klüger zu werden, derart gründlich zerschießt, von der darf man sagen, diese Leute drehen durch. Platz 3. Gefühl ersetzt Werte. In Deutschland ist es gelungen, das spontane Gefühl anstelle durchdachter Werte zu etablieren. Wie viel Schaden man auch anrichtet, man fühlt sich moralisch gerechtfertigt, weil es sich in dem Moment gut anfühlt. Das ist ziemlich durchgedreht. Platz 2. Angst, Angst, Angst. In der Schule lernten wir einst, dass nur böse Regimes ihre Bürger mit Angst kontrollierten. Nun, Politik und Propaganda verbreiten ununterbrochen Angst und Panik. Mal vor Viren, mal vom Klima, immer vor der abweichenden Meinung. Manchen Bürgern schlägt diese dauernde Angstmache aufs Gemüt und sie fürchten, durchzudrehen. Extra perfide ist dabei, dass Gefahren, vor denen Angst durchaus gerechtfertigt wäre, als rechte Hetze ausgeblendet werden. Und manche Leute fürchten mehr noch als den Tod, rechts genannt zu werden. Platz 1. 2 plus 2 gleich 5. Wenn der Staat es befiehlt, dann hast du es zu glauben, dass der bärtige Mann ein Minderjähriger ist, dass der Typ im Kleid eine Frau ist und dass Sonnenkollektoren auch nachts Strom liefern. Im Fernsehen erzählen sie, dass eine Hitzewelle das Land plagt und der Bürger soll dem trauen, statt seinen eigenen Augen, wenn er den Nieselregen vor seinen Fenstern sieht. Früher hat man Leute, die sich ihre eigene Realität ausdachten, in Behandlung gegeben. Heute machen Erschecken viele Leute mit, aus Angst. Und wenn man lange genug Angst hat, dreht man durch. Angst oder Hoffnung oder beides? Meine beste Hoffnung ist heute, dass ausreichend viele Bürger nur aus Angst mitmachen, vielleicht auch aus Bequemlichkeit, auf jeden Fall nicht aus Überzeugung. Immer mehr Bürger suchen und finden Wege, den Wahnsinn für sich abzumildern. Und auch Angst nutzt sich ab. Ich hoffe so sehr, dass bald genug Leute von dem Propagandaunsinn die Schnauze voll haben, und die Wahrheit sagen. Soviel für heute. Bitte klickt Daumen hoch und teilt diese YouTube-URL mit Freunden. Dieses Video ist allen gewidmet, die gegen den Irrsinn ankämpfen, auch indem sie meine Arbeit unterstützen. Dankeschön. Dankeschön.